Und ja, herzlich willkommen zu Dragon Ball Dragon Ball 2, Part Nr. 83. Ich möchte jetzt mal Gugeta, was hat denn? Herr Gugeta noch auf dem Arm getrunken. Das hat er auf dem Arm. Ok. Gugeta ist mit vielem. Aber ich denke mal, das ist Janemba. Kann das sein, dass es Janemba ist? Futscher Gohan ist auch noch auf dem Arm. Janemba, ja, das sieht aus wie Janemba. Dann machen wir erstmal hier unten fertig. Wir machen mal Janemba fertig. Egal wie lange das jetzt dauert. Machen wir Janemba fertig. Hi. Ok, komm mal. Yo, ich bin gleich da. Energieattacken bringen nix. Boah. Hast du ja gesehen, was der für Smash-Attacken macht hier, ey. Unser lieber Janemba gegen Yangshu. Ja, unsere Energieattacken bringen, wie gesagt, nix. Dann müssen wir halt gnadenlos draufhauen. Weil Janemba ist ja ein bad ass motherfucker und hat noch drei Gegner vor sich. Oh, er zieht schon. Guck mal, wie viel er abzieht, ey. Aua. Aua. Und wenn die ab werden immer so zack und dann. So, Nummer drei. Aber wir haben scheiß wenig Energie noch, ey. Ich dachte es wäre besser. Klein. Okay. Ja, ist ja gut, Kredin Ich sehe ja, wo du bist Aua Na, komm schon Oh, Leute Werde ich doch nicht so krelehen Wir müssen wahrscheinlich den Kampf wiederholen, wie es ausschaut Okay, denk ich Schnell durchgeballert Das meinte ich, ja Ich überlege gerade Warte, wir machen erstmal den anderen Kampf, der da oben ist Schalten wir wenigstens den Ultimate-Kampf frei Da muss ich mir noch was überlegen Ach, guck mal, das ist ja ganz einfach Wie viele Sekunden überlebst du, bevor du so rot bist, ey Nö, 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 nö Nö, 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 nö Ach, dann immer haut er schon gut rein So, müssen wir jetzt mal gucken, was wir da mit den Dempten oder so hinkriegen Ja, nö, nö Ja Ein Kampf wieder erfolgreich abgeschlossen Jetzt sehen wir den Endkampf Hoffentlich, ich weiß gar nicht, Peekon ist ja freigeschaltet Ja Peekon So, on Dungeon Okay, dann müssen wir wieder tricksen 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 Haben wir denn irgendwas mit den Endkampf Ja, haben wir sogar cups Spreng E Das war's. Gut, das können wir gleich mal gucken. Aber ich nehme nochmal eine Verteidigung mit. Ja, ja, so ist das, ne? Also, unser Kugeter wird schwer. Ich habe einen Super-Attack nur für dich, du Brut. Du Brut. Das hast du nicht erwartet, weh? Das ist, weil du mich Brut genannt hast. Was? Was? Was hast du gesagt? Boah, guck mal, das ist ja irgendwie kein Problem hier für Janembert. Locker, easy. Gugeter kommt jetzt. Das könnte wirklich ein Problem geben. Oh, oh. Okay, wir sind als erster. Okay. Gut. Okay. Hi. Ah, der hat abgewehrt, okay. Oh, oh. Aua. Ah, die generieren nicht so viel Leben. Das ist schon mal schön. Ah, der zieht voll wenig ab mit damit. Komm schon. Oh yeah. Jo, dann nochmal der Kampf. Wir müssen aber nochmal gucken mit Objekten. Ja, das bringt's ja nicht. Ah. Boah, zu viel. 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 Na ja gut, dann probieren wir mal das so. Vielleicht ist das ja besser. Du wirst mich nicht drüber halten. So etwas Tien-Aktion. Du wirst nicht überheblich Tien-Aktion haben. Das war knapp, das war knapp Leute, das war knapp. Schön, dass du dich freust Krallin. Ich hätte keine Kamehameha mehr abkriegen. Wobei Krallin hat nicht genug Energie für eine Kamehameha. Oder? Ganz knapp, aber. Der ist platt. So, Piccolo, zwei Energiebugs, das müsste reichen. Das müsste einfach reichen. Komm Leute, das muss reichen. Ah, der hat mir ins Gesicht geschlagen. Ah, der hat mir ins Gesicht geschlagen. Komm schon. Komm schon. Er hat nicht genug Energie für irgendwas. Jetzt schon. Oh, geil. Na, 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 na. Dann sehe ich gleich einen Ember für dich. Ach, jetzt kriegst du ein Arc-Bild oder was. Das ist so ein Witz. Ähm. Ja, ja, wieder so ein Cell-Jun, joo. Jedes Mal das aber So und dann geht los Los hol dein Speer Und dann Sneak Schnuck Schnuck Schuss 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 So dann, ach du Scheiße, ich hab mich voll erschrocken. So, 60 Sekunden noch, oh, warum trifft er nicht? Hat schon jemand weggesoffen, ohne dass er uns was sagte. Und ich hoffe das ist wirklich Part Nummer 83, ich weiß es gerade nicht. Wenn nicht ist das, wird er, wird er auch gut. So, die zwei. Ein. Und Riziko! Ja. So, da der letzte Part ein bisschen kürzer war, machen wir. Versuchen wir 30 Minuten, vielleicht über 30 Minuten. Äh, wir nehmen jetzt Vegeta einen Scouter. Vegeta das Ganze. Hier ist noch ein Kampf. Da ist ein Kampf. Da ist ein Kampf. Da ist ein Kampf. Äh, gut. Äh, gewinnen. Boah. Boah. Das ist heftig. Wobei. Warte mal. Wir machen erst den Kampf. Dass ich noch mehr Punkte habe. Dann können wir den gut aufrüsten. Den, gut. Den, gut. Den, gut. Den. 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 Ich dachte sie führten jetzt einen richtigen Dialog aber nein Aua Da lauft er noch rein. Du willst ja einen vollen Mongrel Das war's für dich! Ich bin der stärkste Krieger im Universum! Das war's für dich! Halt doch rum! Danke! Danke man! Sooo Ja 5 Punkte sind 5 Punkte wa? Jetzt machen wir Objekte! Ich brauche auf jeden Fall, da wir Schaden heraushauen können Warte mal, mit was fange ich denn an? Mit Hochspannung! Das ist immer gut! Okay passt! Ich wollte eigentlich Large nehmen aber gut! Das reicht! Das reicht! Das reicht! Das reicht! Gut! Badog und Goko werden schwer! Badog und Goko werden schwer! Sau schwer! Was macht ein Low-Klasse-Warrior wie du mit mir? Heh! Business mit dir? Nimm mich nicht verrückt! Das ist schon mal ein guter Damage! Und nochmal! Klappt das? Klappt das? Oh ja! Badog ist weg! Ich könnte noch eine dritte raushauen! Ich könnte noch eine dritte raushauen! Komm schon! Hauuhohohoho! Wauwauwau! TIEIL! Und da habe ich Tal es erstört! Hallo! Bravo! Aua! Ey, Bruder, schau mal! Boah, ich brauch die Energie doch für Brawly! Du Arschkau! Finale Kondonen Explosion! Oder Kanonen... Kanonen? Explosionskanonen? So! Jetzt hab ich's richtig! Komm, schneller, schneller! Ich will Brawly dann auch noch mit Damagen! Hat Broly eigentlich einen Schwanz? Also... ...einen Affenschwanz? Ne! Solange er sich nicht verwandelt, ist ja alles gut! Alter, Mann! So, jetzt kommt Kakarot! Lass uns mal ein Schwanz mit dem! Ich bin super elitist! Und dann, da ist kein Lauer-class warrior, wie ich ihn kann beat me! Es ist jetzt! Ich bin ein Schwanz! Oh, nein! Ich bin ein Schwanz! Ich bin ein Schwanz! Ich bin ein Schwanz! Komm schon, das muss klappen. Ach du Scheiß, zieht da wenig ab. Komm schon nochmal. Nein. Ah, das war so knapp. Da müssen wir noch mehr reinhauen, Mann. Der Tabler hat mir so viel rausgehauen. Tschüss, Badog. Hallo, Talus. Komm schon. Oh ja, passt noch. Na komm schon. Wo ist der? Wer ist der? Wird er ab? Nein, er wird nicht ab. Gut, jetzt kommt Tabler. Ich haut ihn jetzt direkt rein in eine Final. Komm schon. F***, für Guku mehr Energie. Guku ist heftig. So, komm, jetzt kommt der Brawler. Der Brawler. Der Brawler. Ich bin der stärkste Trainerin. Nein. So, das muss klappen. Lass blöd, ich friss die gar nicht. Friss irgendwas noch. Geht doch. Jetzt Guku mit 3 Energie bei. Das muss reichen. Jetzt ist mein Turn. Du bist stark. Er ist noch gar nicht zufrieden. Und ich sehe, die Techniken sind alle von mir selbst. Wow. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Guku, lass mal Energie sammeln. Ich muss noch was sammeln. Oh oh. Oh oh. Komm schon, das muss durchgehen. Los, der Ball. Das muss durchgehen. Oh. 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 Powerball Wo ist der? Okay Alles klar Das war Äh kurz Nein Nein Fangen wir Chr которое Es wird Ey Lpper Das Weather Eine Wặc Wegeeta is Rida Black. Es ist Zeit, dass wir alles einmal und für alle zusammenfassen. Rivalz? Na dann, ich zeige dir etwas wirklich tolles. Ich generiere aber nicht gerade wenig Gesundheit. Kannst du mir nicht erzählen, ey. Aber probieren wir was. Du bist vorbei! Was? Vegeta, ich habe gerade etwas erfahren. Lass mich erinnern. Oh nein! Ich erinnere ihn! Ich meine, ich habe es nie gesehen. Oh, geschafft! Ich bin wirklich Angst von dir! Ich habe irgendwas zu lassen. Irgendwann muss er ja noch fertig gewesen sein. Hm. 100%! Hm. Gut! Gut, 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 gut! Gut, dann würde ich mal sagen, das war Part Nr. 83 von Dragon Dragon Brass 2. Bis zum nächsten Mal. Choo-choo!